Ich hatte einige, ähm, ähm, Familienprobleme. Sie haben Familienprobleme. Ich hab auch Familienprobleme. Aber ich sag Ihnen was, trotzdem komm ich jeden Tag pünktlich zur Arbeit. Worüber reden wir hier eigentlich? Ich war einmal betrunken. Aber seit ich hier bin, hab ich mich super geschlagen. Ich war immer pünktlich bei meinen Terminen und Meetings. Überall. Frag mit! Ja? Ich brauch Ihre Hilfe. Ich bezahl sie, um ihr Kind zu entführen. Hier werden Sie, hier parken Sie Ihren Wagen. Das ist der einzige Weg, der herführt. Es ist Zeit, dass ich mal Glück habe. Es ist Zeit, dass bei mir mal was klappt. Und jetzt kommt der Clou. Wir kidnappen das Kind von ihr. Oh, du liebe Güte. Wir, wir kidnappen das Kind von ihr. Da, da, da ist richtig viel Geld für uns drin. Nick, ich hab Fotos gesehen. Die sind stinkreich. Au! Tja, sie muss raus dich sehen. Du bist ihr kleiner Junge und sie vermisst dich. Zwei Millionen Dollar. Und sie garantieren mir, dass ich ihn unter der angegebenen Adresse finde. Ich sehe doch, dass du sauer auf mich bist. Und, äh, deine Mutter? Sie ist wunderbar. Wieso hat sie dann jemanden mit einer Waffe ausgesucht? Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, du steigst in mein Auto und ich fahre dich zu deiner Mann. Verschwende keine Sekunde an den Gedanken, du hättest diese unglaublich magischen Fähigkeiten. Denn du bist nichts als eine planlose, selbstmordgefährdete, chaotische Alkoholikerin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017